Ne, das war nur das andere Spiel. Stürmchen! Aus! Eigentlich auch gute Mücke. Na, Mücke! Medi gibt's dann auch vorbereitet. Oh, Candlelight-Dinger. Äh, Dinger. Oh. Dinger. Candlelight-Dinger. Schön. Okay. Okay. Alles fertig. Will der Bill... Was ist denn jetzt gerade los? Ich kann nicht reden. So aufgeregt. Hab mich verlaufen. Ah, das ist ja halt... Rose. Ach, Rose. Ah, ich hab mich verlaufen. Ach, Rose. Dann ist alles okay. Dann ist doch kein Problem, wenn du dich ver... Lass dich mal sehen. Hü, Hü. Hü, Hü. Hü, Hü. Musik. Es ist hier ein Blunder, nicht mehr, man. super links und ja was habe ich links von mir was habe ich links von mir sieht cool aus aber das ist so wie die roten augen deine freundin ist wieder da so jetzt muss ich nur gucken wo du da warst ich muss ich runter scrollen und irgendwann mal suchen finden hoffentlich ob es oben in der suche in dem in dem heißen feld er eingeben steht als erstes ich habe nach buch alphabet gesucht und es gibt es da da habe ich ihn gefunden weißt du das ist schon durchgefahren mit euch die schmalz guten abend madame 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 oh guten abend amrath deine freundin ist wieder da oh komm habt ihr jetzt einen der schlafen ist nicht er seht mich nicht aber ich sehe euch ja da schaut einer im stream nein man zieht halt die roten augen man zieht halt die roten augen mischt ja was geht mal platz hier du kommst hier nicht rein äh die schauen dir hinterher komm da bleibste drin die redet mit mir nein 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 mää ich höre ziege mää vielleicht redet ihr mit mir mää 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 hast du gut da aufwachen mää hast du jetzt ne ziege mit mää ich bin ne ziege ich rede mit Turning Zige vielleicht höre die Mää juuh da passe ich genau jetzt kannst du sieaves spielen mää 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 mä juhu bery juhu 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 mää juhu Vielen Dank.